Hallo, schön, dass du da bist, denn Pia ist traurig. Hier ist was ganz Blödes passiert. Doch wir haben auch etwas davon, denn ihre Geschichte eignet sich perfekt, um das Thema dieses Films zu besprechen. Die Zeitformen des Verbs. Was ein Verb ist, weißt du, oder? Ein Tu-Wort ist das, zum Beispiel Lachen Machen Spielen Ich gehe Du rennst Er flitzt Ich verlor Du gewannst Er schied wegen Regelverletzung aus Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst Tests Überprüfen dein Wissen nach jedem Video Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern Probiere es am besten sofort aus Auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal